Heute geht es um Part 5 unseres Angular-Tutorials. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video an diesem Sonntag. Heute geht es weiter mit Angular und zwar werden wir heute ein bisschen mehr programmieren bzw. wir werden mit TypeScript dafür sorgen, dass wir Elemente erstellen können, dass wir Elemente löschen können und dass wir mit den Elementen einige Sachen machen können. Was heißt, damit zu interagieren und so weiter? Das werden wir heute machen. Wir werden gucken, dass wir Objekte generieren und praktisch die ganze Logik dahinter, was hinter Angular steckt bzw. was hinter unserer kleinen To-Do-List steckt, werden wir uns überlegen und erstellen. Was heißt, heute geht es darum, die Inhalte ein bisschen mehr zu bearbeiten. Also verlieren wir keine Zeit. Los geht's! So und los geht's mit dem ersten richtigen TypeScript-Video. Was heißt, wir werden jetzt ein bisschen Funktionalität hinzubringen. Allerdings muss man hier sagen, dass schlicht und ergreifend durch die Komplexität einer Angular-App am Ende dieses Videos einiges nicht funktionieren wird. Was heißt, wir werden nächste Woche weitermachen und am Ende dieses Videos werden wir nicht so richtig eine mögliche, eine komplexe Lösung haben. Wichtig ist das Erste, was wir jetzt machen wollen, ist grundsätzlich verstehen, was ist TypeScript und wie arbeitet es mit Angular zusammen. Das beste Beispiel hierfür ist, zu verstehen, wie man so ein Toggle mit offen und erledigt machen kann. Das Ganze ist so unpassbar simpel, dass man sich manchmal schon fragt, warum man nicht schon ewig damit gearbeitet hat. Viele von euch werden jetzt denken, okay, hier so ein Toggle. Ich fürchte jetzt, dass diese ganzen Elemente ausgeblendet werden in dem Moment, wo ich auf offen drücke. Was heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich was in TypeScript in dieser Datei hier schreiben und das alles runterformulieren. Ist nicht so. Muss man nicht. Ist viel leichter. Ist so viel leichter, dass es eigentlich, wie gesagt, fast schon peinlich ist. Wir machen jetzt einfach in unserer H1 eine doppelte Klammer. Hier rein schreiben wir klick. Was heißt, wenn wir darauf klicken, soll irgendetwas passieren. In unserem Fall sagen wir jetzt einfach console.log. Was machen wir hier? Wir geben jetzt einfach aus Hallo. Wenn ich das Ganze jetzt so abspeiche, hier mir die Konsole ausgeben lasse und hier drauf klicke, sehen wir, es passiert etwas. Weil das nicht richtig funktioniert, ist keine korrekte Schreibweise. Deswegen löschen wir das hier wieder raus. Was wir jetzt machen möchten, wir sagen, wir wollen eine Variable ändern. Das heißt, wir definieren uns in unserer PageList Komponent eine neue Variable. Hier direkt über dem Konstruktor. Das formatieren wir auch mal eben richtig mit vier Tab-Abständen. Das einzig wahre auf dieser Welt. Und sagen hier, wir wollen jetzt etwas definieren. Und zwar sagen wir public, Leerzeichen, to do und hier show. Das Ganze ist ein Boolean. Das heißt, in TypeScript haben wir die Möglichkeit, eine Variable zu erzeugen. Das ist to do. Und wenn wir diese irgendwo später in unserem Code benutzen möchten, müssen wir einen Wert zuweisen, beziehungsweise wir müssen, wenn wir einen Wert zuweisen, sys benutzen. Das heißt, dieser sys-Operator zählt innerhalb einer Klasse. So können wir auf die Variablen, die wir hier oben definiert haben, zugreifen, indem wir sagen, sys.to do show und sagen jetzt hier, das Ganze ist ein, ja, es ist true, es ist standardmäßig sichtbar. Das Schöne ist, TypeScript hat dadurch, dass man das hier definieren kann, welcher Datentyp es ist, die Möglichkeit, wenn ich hier eine Zahl reinschreibe, einen Fehler auszuschmeißen und zu sagen, hey, Typ 1, 2, 3 ist not assignable to Typ Boolean. Was heißt, es sagt mir schon, hey, das geht nicht, das darfst du nicht machen. Und das ist sehr praktisch, wenn man später mit vielen, vielen Variablen arbeitet und nicht mehr genau weiß, was diese Variable jetzt eigentlich ist. Das Ganze speichern wir uns jetzt ab und haben jetzt eine Variable, nämlich to do show. Diese kopieren wir uns jetzt und nehmen wir hier oben in unserer A4, in unseren Klick, in unsere Funktion, die wir starten möchten, und sagen jetzt etwas, kannst du das eigentlich? Und zwar sagen wir hier einfach to do show gleich Ausrufezeichen. to do show. Was heißt, in dem Moment, wo wir klicken, verändern wir den Wert von to do show in das Negative, was heißt von true zu false oder von false zu true. In dem Moment, wo ich das jetzt also abspeichere und ich hier drauf klicke, verändere ich den Wert im Hintergrund von true und false. Das Schöne ist, wir können jetzt sagen, dieses div-Element, was wir hier haben, können wir mit einer, ja, mit einem Angular-Befehl, nämlich Sternchen, ng und if und dann gleich und zwei doppelte Anführungszeichen mit einer, ja, im Prinzip variablen Abfrage definieren. Das heißt, wir haben jetzt hier if, wenn irgendwas ist, beispielsweise if to do show ist true, dann zeige dich, wenn nicht, dann verschwinde. In dem Moment, wo ich das jetzt also speichere und hier auf offen klicke, verschwinden unsere ganzen to do-Elemente und ich habe jetzt einen Toggle gebaut, der eigentlich nicht kaputt zu kriegen ist, mit nur zwei Zeilen Angular-Gedöns-TypeScript in, ja, in unserer HTML-Datei. Das Ganze können wir jetzt auch noch hinzufügen, beispielsweise hier unten zu unserem Formular, speichern das Ganze jetzt ab und haben jetzt hier unseren ersten Toggle schon fertig. Das Ganze können wir jetzt natürlich einfach duplizieren, das mache ich jetzt auch einfach mal und zwar sage ich mit einer zweiten Variable, ups, falsch, mit einer zweiten Variable, nämlich to do show, äh, to do done show und im Prinzip exakt dasselbe, nämlich wieder ein Modulator hier rein und auch hier unten ein Modulator, beziehungsweise, nein, das war falsch, hier muss der rein und hier muss er raus. So, jetzt haben wir dasselbe nämlich hinzugefügt, müssen das jetzt nur noch abspeichern und das hier kopieren, kopieren, sagen hier beispielsweise standardmäßig false, sagen hier to done, definieren das hier oben ebenfalls neu, public, boolean, zack und haben jetzt zwei Variablen und haben so den Toggle unserer Liste hinzugefügt. Das war jetzt nicht wirklich schwer, aber wie können wir es jetzt schaffen, noch mehr Funktionalität hinzuzufügen? Das heißt, wir haben jetzt zwar unsere, ja, unsere paar Punkte hinzugefügt, aber wir können hier noch nichts anchecken, wir können noch nichts machen. Und das Schöne ist, das ist der wichtige Punkt bei Angular, es ist modular, es sind in sich geschlossene Elemente. Das heißt, dieser Check-Event, das Löschen, das Verändern des Wertes und so weiter, das passiert nicht auf der Listenebene, das passiert auf der Ebene darunter, in der Ebene oder in der Komponente to do. Und unser to do werden wir jetzt ein bisschen modifizieren, und zwar mit einer ganzen Menge Sachen im Prinzip. Und hierzu müssen wir als erstes unser Interface definieren. Dazu klicken wir hier oben auf Interface und hier auf to do und hinterlegen hier jetzt ein paar wichtige Punkte. Nämlich jedes to do Datenobjekt, das wir später benutzen möchten, hat standardmäßig eine ID, wie schon gesagt. Dabei handelt es sich um eine Nummer. Das heißt, ich kann ID später nur eine Nummer zuweisen. Das nächste ist, wir haben ein Label. Dabei handelt es sich um ein String. Dann haben wir einen Status. Dieser ist boolean und muss gesetzt sein. Außerdem haben wir eine Position, das ist später für das Sortieren wichtig. Diese muss nicht gesetzt werden, handelt sich dabei aber auch um eine Nummer. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Interface generiert. Wenn ich jetzt in unserem to do Element bin, das heißt, ich klicke hier an der Seite auf unsere TypeScript-Datei, unsere to do, unsere to do Komponente, dann importiere ich mir hier jetzt ein neues Modul. In unserem Fall importiere ich mir hier oben einfach to do aus Interface und sage hier, to do möchte ich mir importieren, steht hier drin. So komme ich auf diesen Namen. Und er sagt schon, hey, du hast es ja noch nie generiert. Was wir jetzt machen, wir definieren uns jetzt ein Demo-to-do Datenobjekt. In unserem Fall sagen wir also public, sagen to do, da es ein einzelnes Objekt ist mit einem Rautezeichen dahinter. Das ist nur eine formale Ebene. Das muss man nicht machen. Es würde auch so funktionieren. So kann man aber direkt sagen, hey, da steckt ein Datenobjekt hinter und unser Datenobjekt ist ein to do Feld. Was heißt, in dem Moment, wo ich diese Variable nehme und mir hier in dem Konstruktor wieder mit this irgendwie definieren möchte, beispielsweise möchte ich das als String definieren, dann sagt die mir, hey, er sagt mir erst mal, dass ich bitte einfache Anrufezeichen benutze. Wenn ich hier ein String habe und das Ganze abspeicher, würde es funktionieren, theoretisch. Allerdings sollte man das nicht tun, weil wir haben ja hier oben to do als Objekt definiert. Das Ganze können wir jetzt also ein bisschen besser formatieren. Formatieren und zwar sagen wir einfach geschweifte Klammer auf, sagen hier ID. In unserem Fall ist die ID einfach mal 1. Außerdem haben wir hier ein Label. Unser Label ist, keine Ahnung, wie nennen wir unser Label? Wie geht's? So. Das Nächste, was wir haben, ist Status. Status ist bei uns standardmäßig einfach mal false. Das heißt, es ist noch nicht erledigt und Position ist 1. Das heißt, wir haben jetzt ein Datenattribut, das später so von der Datenbank uns zur Verfügung gestellt wird, sage ich mal. Das Wichtige ist, wir müssen jetzt unser Feld, was wir hier drin haben, noch irgendwie ein bisschen davon abhängig machen. Und das können wir sehr, sehr einfach. Und zwar markieren wir uns einfach to do und wollen jetzt, dass dieses Feld, was wir hier haben, soll an dieses Label gebunden werden. Was heißt, wenn wir hier was eingeben, soll sich das Label verändern. Wenn wir das hier anchecken, soll sich der Status verändern. Wenn wir später Drag and Drop bewegen, soll sich die Position verändern. Und die ID verändert sich nie. Das macht nur der Server. Damit haben wir nichts zu tun. Das speichern wir jetzt erstmal so. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in unser Template, in unser To-Do-Element und sagen jetzt hier, wir möchten hier was verändern. Und zwar, wir möchten etwas verändern. In dem Moment, wo der Status true ist, beziehungsweise wo es erledigt ist, in dem Moment möchten wir, dass unser anderes visuelles Layout hinzugefügt wird. Das können wir mit einfachem Angular Binding, nämlich mit Class.done. Das heißt, wir möchten die Klasse done hinzufügen, in dem Moment, wo To-Do, Raute.status true wird. Das heißt, sobald dieser Wert zu true wird, soll automatisch unsere Klasse done hinzugefügt werden. In dem Moment passiert jetzt nichts. Wenn ich hier jetzt aber true reinschreibe, seht ihr, warum passiert nichts? Jetzt, weil ich das hier falsch gemacht habe, das hier ebenfalls falsch gemacht habe, abspeichern. So, jetzt seht ihr es, es ist jetzt unser neuer, Klammern zweiter Zustand sozusagen. Und wenn ich das hier auf false setze und abspeichere, dann sehen wir hier wieder den richtigen. Das heißt, wir können jetzt schon mal später unser erledigt und unsere normalen Zustände einzeigen lassen. Das nächste, was wir machen wollen, ist, wenn wir hier auf so ein Feld klicken, soll nur eines dieser beiden Felder zu sehen sein. Das funktioniert ebenfalls wieder mit einem einfachen Angular-Binding. Und zwar sagen wir in dem Moment, ich mache das hier mal ein bisschen kleiner, in dem Moment, wo To-Do-Status entweder false oder true ist, soll je nachdem ein Icon angezeigt werden. Das heißt, aktuell ist es false, es wird nur ein Icon, also nur das leere Icon angezeigt. Wenn das Ganze später bei dem Datensatz true wäre, würde das korrekte Datensatz angezeigt werden. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die Möglichkeit, das einzustellen. Und wir können jetzt noch etwas weiteres machen. Und zwar sagen wir, wir möchten einen Klick hinzufügen bei beiden Bildern. Und zwar sagen wir hier changeElement und übergeben ein Event. Das sollte man in Angular immer machen. Das heißt, sobald irgendwas gemacht wird, vergibt gleichzeitig das Event. Und wir definieren uns hier unten jetzt mit public unsere neue Variable, übergeben hier das Event. Mit dem Fragezeichen sagen wir, dieser Wert muss nicht übergeben werden. Es handelt sich dabei um ein Any-Daten-Objekt. Und diese Funktion wird uns nicht zurückgeben. Das bedeutet void. In dem Moment, wo ich das jetzt geschrieben habe, können wir ganz einfach sagen, wir möchten den Status vertauschen. und das geht sehr simpel, nämlich einfach mit dieser kleinen Zeile speichern wir so ab. Und in dem Moment, ich kann das Ganze auch mal ausgeben lassen, console.log und sage jetzt hier, wir wollen einfach unseren Status am Ende der Funktion ausgeben, speichere das Ganze ab, öffne hier unsere Konsole, klicke hier drauf und zack, dieses, wir können jetzt die einzelnen Werte, daran sieht man auch, dass das modular ist. Das heißt, wir haben ganz viele Komponenten, die gleichzeitig agieren. Und wir können die steuern, ohne irgendwie tiefer gehende Logik dahinter zu setzen und können jetzt hier ziemlich simpel unseren Status changen sozusagen. Später muss dann natürlich noch deutlich mehr passieren. Das kommt dann im nächsten Video. Das nächste, was wir machen, ist, wir wollen das Element, was wir hier haben, ja beinden. Was heißt, dass der Text, der hier drin steht, soll später auch wirklich dieser Text hier werden. Das ist noch viel leichter, als ihr vielleicht euch jetzt vorstellt. Wahrscheinlich der ein oder andere, der ein bisschen Ahnung hat von JavaScript, wird sich jetzt denken, hey, wir können hier einfach das Inputfeld, die Variable mit dem GetElementById, die Variablen daraus ziehen und irgendwie umlegen oder so etwas. Weit gefehlt. Wir machen das noch viel simpler. Angular bietet hier nämlich Möglichkeiten, das Ganze, enorm zu vereinfachen und hierzu müssen wir in unsere App-Module und ein zusätzliches Module laden, nämlich, hier oben sagen wir, das Form-Module. Das müssen wir hier unten ebenfalls noch hinzufügen und so können wir das Ganze jetzt abspeichern und können jetzt sogenanntes zweiseitiges Binding benutzen. Das ist eine Funktion, die wahrscheinlich den ein oder anderen JavaScript-User über euch, also bei euch jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen lässt und zwar sagen wir einfach eckige Klammer auf, normale Klammer auf, dann sagen wir ng-model und sagen gleich und dann irgendetwas und zwar in unserem Fall sagen wir ganz einfach to-do und label. Und das Schöne ist, was wir jetzt gerade gemacht haben, was dieses bedeutet, wir können jetzt alles, was dieses Input-Feld ist, wird automatisch zu unserem to-do-Element, also zu dem Datenobjekt, label. und wir können das Ganze jetzt auch mal ein bisschen ausgeben lassen und das können wir nämlich mit diesen beiden geschweiften Klammern und zwar diese beiden geschweiften Klammern ermöglichen uns, es direkt einen Datensatz auszugeben, beispielsweise sagen wir jetzt einfach, wir möchten hier das to-do, also das Datenobjekt to-do und hier das Label ausgeben lassen und speichern das Ganze mal ab, haben jetzt hier hinten etwas, was hier drin steht, aktuell steht dort, wie geht's, weil wir das hier definiert haben, wenn ich jetzt aber hier irgendetwas reinschreibe, dann seht ihr, es verändert sich, was heißt, ich habe jetzt in Echtzeit dafür gesorgt, dass hier sich das im Hintergrund verändert, aber das Ganze soll natürlich nicht einfach so ausgegeben werden, sondern wir wollen, dass in dem Moment, wo wir hier etwas ändern, möchten wir es am besten direkt, wenn der Key, also die Eingabe beendet ist, soll das Ganze später an den Server übermittelt werden, das heißt, wir wollen in dem Moment, wo sich etwas verändert, soll etwas an den Server geschickt werden, beziehungsweise in dem Moment, wo ich hier das Feld verlasse. Und das machen wir ganz einfach wieder mit einer normalen Event, nämlich einfach mit Blur, was heißt, in dem Moment, wo ich das Inputfeld verlasse, wollen wir eine neue Funktion abfeuern, in unserem Fall heißt diese Funktion ChangeLabel und die definieren wir hier unten. Public ChangeLabel, sagen hier wieder Event, muss nicht zwingend da sein, wäre aber nice, wenn diese Funktion gibt uns ebenfalls nicht zurück und haben jetzt eine zweite Funktion generiert. Diese Funktion kann nicht sonderlich viel, außer im Prinzip unser Event an das neue Daten-Event zu setzen, mehr oder weniger. Das heißt, in unserem Fall wollen wir einfach nur unser Label einmal ausgeben. Später passiert hier noch deutlich mehr. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, in die Konsole gehe, hier etwas verändere und das Inputfeld verlasse, dann wird uns unser Label, was wir da reingeschrieben haben, wird uns im Prinzip ausgegeben und wird später in dem Moment an den Server verschickt. Das heißt, das funktioniert auch schon mal. Das heißt, wir können jetzt unseren Status verändern, wir können unser Label verändern, das Letzte, was noch fehlt, wir können das Ganze löschen. Und das ist so simpel, dass man es eigentlich sich schon denken kann. Und zwar sagen wir hier einfach wieder bei einem Klick auf unser Löschfeld soll eine Funktion abgefeuert werden. Diese Funktion heißt Delete, das heißt einfach Delete To Do und das machen wir ebenfalls hier unten. Public Delete To Do Event? Fragezeichen Any und hier machen wir Void hinzu. Zack. Haben das jetzt hinzugefügt und sagen hier einfach ID wird gelöscht. Also dieses Element soll gelöscht werden. Später wird das eine Datenbankabfrage. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, kommt da einmal Wie geht's und gleichzeitig einfach die 1, weil wir das abschicken und löschen wollen. Das heißt, wir können jetzt hier drin unsere Elemente toggeln, wir können die Label verändern, wir können die Elemente löschen, wir können die Elemente den Status verändern lassen und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist im Prinzip später, oder das machen wir gleich noch besser gesagt, unser Formular hier unten zu erstellen, was uns ermöglicht, neue Elemente zu generieren. Und im nächsten Video wollen wir damit anfangen, wie wir das Ganze dazu kriegen, dass wenn ich hier draufklicke, dass auch hier runter in das zweite, in den zweiten Array verlegt wird und so weiter, dass wir die Kommunikation zwischen Elementen, damit werden wir uns später kümmern. Was wir jetzt als erstes machen müssen, ist, wir schließen hier unser Element, zack, und schließen auch dieses Element und dieses und dieses und öffnen jetzt hier an der Seite nochmal unseren, warum ist hier ein Fehler? Wo habe ich hier einen Fehler? To do? Hm, to do, ist das, habe ich das falsch geschrieben hier oben drin? Ja, ich habe es hier falsch geschrieben. Das heißt, das war ein Fehler. Und dann ist das hier wahrscheinlich jetzt auch korrekt und jetzt funktioniert auch alles sehr gut. So, das Ganze speichern wir jetzt ab und gehen jetzt final in to do Form und hier definieren wir uns jetzt noch eine kleine, ja, ein paar kleinere Features. Und zwar sagen wir in to do Form, wollen wir hier unten bei create eine Variable hinzufügen und zwar einfach unser Element und zwar create to do und außerdem wollen wir, weil das kennen wir ja schon aus den vorherigen Geschichten, wollen wir hier ebenfalls wieder doppelndes Binding ansenden, was heißt, unser Inputfeld soll zu unserem Label werden. Außerdem sollte man immer bei so einer Eingabe auf dem Inputfeld key up.enter, was heißt, in dem Moment, wo ich enter drücke, soll ebenfalls dieselbe Funktion getriggert werden, sodass man später einfach mit enter neue Elemente erstellen kann. Wir können jetzt hier im Prinzip exakt dasselbe machen, was wir in dem anderen auch gemacht haben und zwar, das kopiere ich mir jetzt auch, kopieren wir uns nämlich einmal unser to do Element, das brauchen wir nämlich hier ebenfalls wieder und hier kopiere ich mir ebenfalls noch unser to do Element als solches und kann mir jetzt schlicht und ergreifend einfach noch unsere Funktion erzeugen, was heißt, ich möchte eine neue Funktion, die heißt create, das brauchen wir noch nicht und sage neues to do Element machen. Dieses neue to do Element ist aktuell undefined beziehungsweise false. Später sollte das nicht der Fall sein, was heißt, wir sagen hier jetzt erstmal console.log und sagen hier, wir möchten unser to do Element, das wir erstellt haben, möchten wir jetzt an den Server übermitteln und zwar ist hier id ist undefined, das soll uns später der Server generieren, damit haben wir nichts zu tun. Unsere Position ist auch undefined, soll auch später unser Server generieren und unser Label ist im Prinzip später ja einfach unser normales Label, was wir hier sowieso definiert haben und Status ist standardmäßig false. Das heißt, das Ganze kopieren wir uns jetzt hier raus, kopieren wir uns hier oben in unseren Konstruktor rein und sagen hier, so wird das standardmäßig erstellt und wenn wir hier drin sind beziehungsweise das Ganze abschicken, dann soll das richtige Element versendet werden. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, in Untersuchung gehe, auf die Konsole und hier drunten sagen zum Beispiel Video hochladen und Enter drücke, dann kriegen wir hier ein Datenobjekt ausgegeben mit der id undefined, Label Video hochladen, Position ist undefined und Status ist false, weil es ja noch nicht fertig ist. Dasselbe können wir natürlich auch hier machen, wenn wir auf Erstellen drücken, allerdings wollen wir hier, sobald praktisch der Ping abgesendet wird, wollen wir das Ganze wieder auf 0 resetten, sodass wenn wir das Ganze hier haben und zum Beispiel sagen Video hochladen und Enter drücken, soll das Ganze am Ende wieder leer sein, sodass wir direkt ein neues Feld eingeben können. Das heißt, jetzt können wir Elemente erstellen, wir können sie theoretisch löschen, wir können die Inhalte verändern und wir können den Status verändern. Was wir noch nicht können, ist Drag & Drop. Das wird später kommen und was wir auch noch nicht können, das kommt nächste Woche, ist die Arbeit, wie wir die verschiedenen Elemente miteinander verbinden, sodass wenn wir hier drin etwas ändern, dass das halt hier runterkommt, wenn wir etwas löschen, dass es wirklich verschwindet und das werden wir nächste Woche machen, weil das ist ein bisschen komplexer und braucht etwas mehr TypeScript. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu Facebook, Twitter, Instagram, Discord, wo ihr der Community joinen könnt. Wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch einen Link zu Amazon Affiliate beziehungsweise zu Patreon, wo ihr diesen Channel unterstützen könnt und einige kleine Vorteile genießen möchtet, wenn ihr wollt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.